hallo ist das die dax analyse für nun freitag ja schon den 23.09.2022 wir nehmen uns dann drastend dem september ende eine woche steht er noch aus dann ist erstmal der schwache börsenmonat durch muss aber sagen dass wir momentan immer mehr schreiben wie angespannt sie auch mit hinblick auf ihre depots sind und wie genervt sie sind das hat immer alles nur runter geht und ich muss sagen dass dieser frust der da ist sich aber noch nirgendwo entladen hat normalerweise sieht man das immer das wird natürlich dann interessant wenn ich mich an 2018 wenn es mal wirklich gar kein starkes für das retten des quartals geben sollte auf das glaube ich momentan recht viele hoffen weil glaube ich viele von denen die da sitzen sich mit ihren depots momentan unwohl fühlen noch nicht handeln und ich kann mich da noch gut erinnern aus ende 2018 wie mir auch viele leute damals immer zugeschrieben haben dass sie auch jetzt ihre aktien verkaufen und sie halten sich mehr aus und dass er so nervig und sie steigen dann nächstes jahr wieder ein ja und dann haben sie ihre anstiege halt nie gekriegt und bin ich sehr gespannt wie das jetzt dieses jahr ausgeht ich persönlich gehe ich schon davon aus dass es sich wieder ein bisschen entspannt die situation aber von der chartlager auch übergeordnete natur ja hat unseren dachsen natürlich nach unten auch einen ordentlichen türöffner für richtig böse wochen wenn er mal einen schritt raus macht heute zum donnerstag hat er erstmal nur seinen schwanz gejagt sich im kreis gedreht wir hatten darüber gesprochen dass man hier unten ein bisschen aufpassen sollte wenn der grüne stundenkerze kommt dass er gut und gerne bis 800 wieder zurück kann ja oder irgendwie so 780 haben wir glaube ich gesagt das genau so dann auch geworden hat aber unten nicht die 490 geholt im regulären handel außer börse ich war unten gewesen 445 hatte im tief markiert also genau eigentlich das gemacht was wir haben wollten hier über die verlängerte linie 4 ich weiß nicht was wir gestern haben wollten ich glaube ich habe gesagt 594 wenn er dort nach oben dreht dann kann er wieder gut nach oben drehen das kam dann außer bürste schon hat aber von ich glaube 4 uhr an nur grüne stundenkerzen geliefert und dann eben bis 800 durchgezogen dann hat er da 780 ist weg gedreht dann hat man bei uns schon e mail update rumgeschickt und gesagt naja wer long drin ist besser vielleicht mal teilverkauf ziehen bevor der wieder unten bei 550 steht bei 600 steht ja da war unten dann war einfach wieder unten wie die ganzen letzten tage sich treu geblieben von der handlungs von der handels amplitude etwas geringer gelaufen weniger punkte ist aber hier halt auch noch bei weitem nicht über dem werk halt also egal ob im bullischen oder im werbischen sinne ich würde sogar aufgrund dieses bildes trotzdem mal noch vorsichtig sein auch zum freitag wenn der hier morgen plus unten durch sticht und vielleicht dieses dieses tief an der 445 noch mal abholt was er am donnerstag in der nacht gemacht hat vielleicht vielleicht auch ein bisschen höher 4 64 94 und er drückt dort wieder eine grüne stundenkerze ich glaube der macht den gleichen scheiß noch mal und läuft wieder hoch bis in die keine ahnung 27 800 also dann wird die unten einfach ein bisschen aufpassen auf den tiefs sollte der aber natürlich sich richtig einschwingen und eben nicht bei 490 hochzucken keine grüne stundenkerzen die flüge auch nicht bei 460 auch nicht bei 445 dann geht nach unten halt richtig risiko auf weil der trigger der ist ja an sich schon aktiv wir haben schon mehrere schusskurse drunter gesetzt bekommen also es er hat das er hat die türe offen 370 270 und tieferes zu erreichen definitiv das jahrstief die glaube ich bei 12 385 momentan wenn mich nicht alles täuscht na also die zone ist dann auch reaktiv und interessant aber so vom pattern her bin ich sehr gespannt was das wird können auch eine bärische verkeilung eine politische verkeilung werden halt wenn ihr jetzt hier nur wieder tief setzt sondern wieder hoch zockt dann zuckt er hier in die in den bereich rein bis zum vielleicht über 67 geht dann wieder mit sich zurück und bricht dann aus aber soweit ist es noch nicht würde ich erstmal zurück stellen ich würde einfach nur am tief aufpassen wenn das wieder nach oben zuckt dann einfach einkalkulieren das wieder bis nach oben zurück geht um richtig auszurasten müsste über 87 800 per stundenschluss drüber dann kann er sogar wieder rein in die 9 35 kann sogar auch 13 noch was erreichen für den freitag vielleicht ein bisschen viel verlangt nehmen können aber über verlängerten armen montag rein liefern also freitag vorlegen und montag verlängern dann und dann ist das auch erreichbar ja würde ich aber auch erst dann wirklich antreten wenn er positiv ist und wie gesagt hier unten einfach ein bisschen aufpassen dass man nicht zu überall frechtern auf der short zeit ist der freitag kann ein freitag kann im dax richtig richtig böse auch mal werden erfahrungsgemäß sind es aber nur die verfalls freitage gewesen die richtig böse gewesen sind die anderen freitag sind immer eher oben rausgegangen und verfall ist jetzt nicht jetzt ist normaler freitag bin ich sehr gespannt wie der sich wie der sich schlägt also ich hätte wirklich so als favorisiertes bild für den freitag hier einmal kurz drunter und dann einfach wieder zurück ziehen an 27 67 so dass das wäre favorisiert der worst case wäre runter 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 stundenschluss hier deutlich tiefer unter 4 60 und attacke 370 erreichen 27 reißen vielleicht sogar schon ein bisschen mehr erreichen und dann dürften bei dem einen oder anderen dann was ich vorhin angesprochen habe diese nervosität und dieses unwohlsein was man im eigenen depot hat langsam dann auch ein bisschen handlungsbedarf einleiten dass der ein oder anderen langsam torschusspanik kriegt und vielleicht doch irgendwo was closed wobei ich glaube da müsste dann auch ein zack tiefer also das wird erst ich denke so was das wird eher unter elf vier unter elf acht erst eintreten da müsste schon sich noch eine ganze stücke strecken dann über den oktober gut soll aber jetzt erstmal die analyse plus für den freitag sein wie gesagt mein favorisiertes szenario habt ihr gehört worst case aber auch gehört für super 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 freitag müsste wie gesagt den schuldenschluss da über 67 über 800 bringen dann kann auch mehr erreichen wird aber denken er macht vielleicht wenn dann den schluss hier drüber und macht den restern montag ja nur das schon mal gehört habt ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes wochenende gutes gelingen dann hören wir uns am sonntag wieder für die analysen zum montag bis dahin tschüss